Willkommen zu meinem Vortrag über den Open Layers Editor. Mein Name ist Alexander Mattheusen, ich arbeite bei der Firma Geops. Wir sind spezialisiert auf Anwendungen im Bereich öffentlichen Verkehrs und Umwelt. Kurz zum Vortragstitel noch. Im Programmheft hat der Vortrag den Titel Open Layers Editor 2. Das war mehr ein Arbeitstitel für die Neuentwicklung des Open Layers Editors. In diesem Vortrag wird nur noch vom Open Layers Editor gesprochen, weil er den bestehenden Open Layers Editor ersetzen soll. Was war die Motivation für Open Layers Editor? Wir entwickeln in erster Linie verschiedene Software im Bereich Umwelt und Anwendung für den öffentlichen Verkehr. Jetzt hier zum Beispiel unsere Software Altlast for Web, mit der viele Schweizer Kantone ihr Kataster für belastete Standorte verwalten. Und in dieser Anwendung ist halt wichtig, dass die User geometrische Geodaten geometrisch bearbeiten können und digitalisieren können. Außerdem entwickeln wir auf Basis unseres Geo CMS Kataro die Software zur Erfassung der Bahnhofspläne für die 33 größten Schweizer Bahnhöfe. Und auch da ist wichtig, dass die User dann Flächen digitalisieren können, Icons platzieren und ausrichten können. Um die diversen Werkzeuge für die Geometriebearbeitung wiederverwenden zu können, haben wir den bewährten Open Layers Editor, kurz OLE, neu entwickelt. Die Open Source Bibliothek stellt einfach zu verwendende Werkzeuge zur Verfügung, um Geodaten zu erfassen und zu bearbeiten. Dabei verfolgen wir drei Grundprinzipien. Das erste Grundprinzip ist die Abstraktion, hier links dargestellt. Der Open Layers Editor stellt eine Abstraktions- und Erweiterungsschicht zwischen Open Layers und der eigentlichen Anwendung dar. Open Layers stellt schon die grundlegenden APIs für die verschiedenen Kartenanwendungen bereit. Aber wenn man komplexere Anwendungen und Funktionalitäten entwickeln will, führt das schnell zu einem höheren Entwicklungsaufwand. Und Open Layers Editor hat hier das Ziel, eine umfangreiche Toolbox bereitzustellen, um räumliche Daten in Web-Anwendungen bearbeiten zu können. Dann das zweite Grundprinzip ist das Prinzip der Kollaboration, hier in der Mitte dargestellt. Die Anwendung ist auf Open Source und auf GitHub verfügbar. Dadurch wollen wir zum einen die Wiederverwendung der Funktionen durch andere ermöglichen, erhoffen uns aber auch Beiträge zur Erweiterung der Software. Und das dritte Grundprinzip ist das der Wiederverwendbarkeit. Die einzelnen Funktionen können in unterschiedlichen Anwendungen flexibel kombiniert werden. Das Ziel ist, eine stabile und ausführlich getestete API bereitzustellen, auf deren Basis dann die Funktionen implementiert werden können. Aktuell bietet Open Layers Editor verschiedene Tools zum Zeichnen, Rotieren, Verschieben und Löschen von Geometrien. Dann gibt es noch das CAD-Tool, das ermöglicht eine Ausrichtung von Geometrien an Hilfslinien. Und unter Verwendung der JavaScript-Topology-Suite gibt es zudem einige Werkzeuge für topologische Operationen. Technologisch ist Open Layers Editor auf dem neuesten Stand. Wir verwenden neueste JavaScript-Standards, Linting und automatische Tests, die noch weiter ausgebaut werden dann mit der Zeit. Wie gesagt, basiert Open Layers Editor auf der Kartenbibliothek Open Layers und nutzt einige Funktionen der JavaScript-Topology-Suite. Den eigenen Open Layers Editor erhält man mit wenigen Zeilen JavaScript. Dazu braucht man einen Vektor-Layer, eine Open Layers-Karte und dann kann man anschließend darauf basierend die verschiedenen Bearbeitungsfunktionen initialisieren. Weitere Beispiele gibt es auch auf GitHub. Den Code inklusive Beispielen gibt es auf GitHub. Wir haben auch eine kleine Demo-Seite eingerichtet, unter der man das ausprobieren kann. und es steht unter der BSD-Lizenz. Vielen Dank. Applaus Applaus